Was wäre passiert, wenn Wurmschwanz Lord Voldemort niemals den Aufenthaltsort der Potters gegeben hätte? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir ein weiteres faszinierendes Was-wäre-wenn-Szenario erörtern. Und zwar, was wäre geschehen, wenn Peter Pettigrew niemals Lily und James Potter verraten hätte? Ja, wir sprechen über eine alternative Entwicklung der Ereignisse, in der Pettigrew nicht für lange Zeit eine Ratte im übertragenen Sinne geworden wäre. Also lasst uns direkt eintauchen. Als Peter Pettigrew zum ersten Mal die Hogwarts-Schule Verhexerei und Zauberei betrat, wird berichtet, dass der sprechende Hut ganze 5 Minuten benötigte, um zu entscheiden, in welches Haus er ihn einordnen sollte. Bei anderen Schülern ging das nicht so langsam. Es wird angenommen, dass der Hut zwischen Gryffindor und Slytherin hin und her schwankte und bereits frühzeitig zeigte, dass Pettigrew bestimmte Eigenschaften aufwies, die üblicherweise mit Schülern des grün-silbernen Hauses, also Slytherin, in Verbindung gebracht werden. Später wurde deutlich, als Sirius Black Peter als Verräter und Todesser entlarvte, dass Pettigrew die Verbrechen begangen hatte, die ihm zugeschrieben wurden. Peter täuschte seinen eigenen Tod vor und lebte dann 12 Jahre lang als Ratte. Während er 12 Jahre lang als Ratte lebte, offenbarte sich Peters wahre Natur. Er war ziemlich schlau, ehrgeizig und einfallsreich. Eigenschaften, die typischerweise einem Slytherin-Schüler zugeschrieben werden. Trotz seiner Sortierung nach Gryffindor fehlten ihm offensichtlich die charakteristischen Merkmale seiner Hauskameraden. Er war nicht besonders tapfer oder mutig. Als Außenseiter setzte er sich auch nie für die kleinen Leute ein. Schließlich war Peter das oft übersehene Mitglied der Gryffindor-Gang, bekannt als die Rumtreiber, bestehend aus James Potter, Sirius Black, Remus Lupin und natürlich Peter Pettigrew. Die Gruppe schloss sich zusammen, nachdem sie entdeckt hatte, dass Lupin sowohl ein Zauberer als auch ein Werwolf war. Gemeinsam gründeten sie die Rumtreiber und setzten alles daran, heimlich Animagi zu werden. James, Sirius und Peter brachten sich also selbst bei, wie sie sich nach Belieben in Tiere verwandeln konnten. Peters Animagus-Form erwies sich am Ende als äußerst passend, die eines Nagetiers. Dieser Umstand wurde deutlich, als er später den Orden des Phönix hinterging und sich Lord Voldemort als Spion anschloss. Aber ich frage mich, ob genau diese Wahrnehmung von Peter, dass er von Natur aus rattenartig, nicht besonders mutig und von seinen besten Freunden als Wurmschwanz bezeichnet wurde, zu seinem Verrat an denen, die ihm am nächsten standen führte. Vielleicht spielte auch die Tatsache eine Rolle, dass seine besten Freunde aufgrund ihrer Beliebtheit vergöttert wurden. James Potter war ein Quidditch-Star und Sirius galt als gutaussehender Bad Boy. Es könnte für Peter schwierig gewesen sein, sein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen aufrecht zu erhalten, angesichts dieser starken Persönlichkeiten in seiner Nähe. Dies führt uns zu Peters Entscheidung, sich den Todessern anzuschließen. Es wird behauptet, dass Pettigrew den Orden des Phönix und all seine engsten Freunde verraten hat, um Voldemort zu folgen. Dies tat er aus einem einfachen, feigen und egoistischen Grund. Er glaubte nicht daran, dass es eine Möglichkeit gab, den dunklen Lord zu besiegen. Deshalb entschied er sich, sich ihm anzuschließen, bevor es zu spät war. Aber wenn Peters Erfahrungen in Hogwarts nur etwas anders gewesen wären, hätte er dann dieser Feigheit erlegen können, indem er vorzeitig zum Todesser wurde und die Potters an Voldemort verraten hätte? Immerhin zögerte Pettigrew viel später in der Saga, Harry zu erwürgen und zeigte schließlich einen gewissen Anschein von Mut, als er sich einem direkten Befehl von Lord Voldemort widersetzte, Harry zu töten. Also besaß er irgendwo in seinem Inneren die Fähigkeit, mutig zu sein. Was wäre, wenn er diese Eigenschaft bereits Jahrzehnte früher hätte nutzen können? Nun, meiner Meinung nach hätte Pettigrew diese Art von Mut während Voldemorts anfänglichem Aufstieg zur Macht zeigen können, wenn es vielleicht mit einfachen Dingen begonnen hätte, die ein bisschen emotionaler sind. Zum Beispiel, wenn seine besten Freunde ihn nicht als Wummschwanz bezeichnet hätten. Wie bereits erwähnt, war Pettigrew eindeutig das rangniedrigste Mitglied der Rumtreiber in vielerlei Hinsicht. Professor McGonagall sagte, er sei kein guter Schüler, wurde nicht von seinen Mitschülern vergöttert wie James und Sirius und er sah beim besten Willen nicht besonders gut aus. Als ob das nicht genug wäre, nannten ihn seine sogenannten besten Freunde im Grunde eine Ratte. Ich verstehe schon, er war ein Animagus, der sich in ein Nageltier verwandeln konnte. Aber sicher gab es einen respektvolleren Namen, den man ihm hätte geben können als Wummschwanz, oder? Das klingt einfach nicht sehr schmeichelhaft, wenn ihr mich fragt. Natürlich sage ich nicht, dass es James schuld ist, dass Peter ihn und seine Frau verraten hat. Offensichtlich können kindische Neckereien aus der Kindheit wie Spitznamen keinen Verrat rechtfertigen, der zu Mord führt. Aber was ich sage ist, wenn Peter Pettigrew vielleicht ein bisschen mehr Respekt bekommen hätte, besonders von seinen besten Freunden, hätte er ein viel mutigerer und selbstbewussterer Zauberer werden können. Wenn Peter also von den Rumtreibern besser behandelt worden wäre und sich öfter hätte durchsetzen können, hätte er vielleicht nicht das Bedürfnis verspürt, beim ersten Anzeichen von Todessern ihnen sofort beizutreten. Anstatt sich beim ersten Anzeichen von Gefahr als Todesser zu melden, wäre Peter nicht in Panik geraten. Stattdessen wäre er dem Orden des Phönix seinen Freunden und letztendlich den Potters treu geblieben. In diesem hypothetischen Szenario, als James und Lily ihren Geheimniswahrer in letzter Minute von Sirius zu Pettigrew wechselten, wäre er bis zum Schluss loyal gewesen. Meiner Meinung nach wäre das Ende von Peter jedoch viel früher gekommen. Ich verstehe, dass viele von euch nicht gerne sehen, wie der Kanon zu stark verändert wird und ich natürlich auch nicht. In diesem Was-wäre-wenn-Fall würde ich jedoch gerne glauben, dass selbst wenn Peter Pettigrew niemals zu Voldemort übergelaufen wäre, der Dunkle Lord immer noch einen Spion im Inneren des Orden des Phönix gehabt hätte. Wer das gewesen wäre, ist in diesem Fall nicht wirklich von Bedeutung. In jedem Fall hätte Voldemort jemanden in seinem Inneren gehabt, eine Hexe oder ein Zauberer, den er auf irgendeine Weise korrumpieren konnte, die bei einer mutigeren Version von Peter nicht möglich gewesen wäre. Durch diese andere Person oder Quelle, wenn du so willst, hätte Voldemort möglicherweise herausfinden können, dass Pettigrew tatsächlich der geheime Hüter der Potters war, also der Geheimniswahrer. Schließlich ist es wahrscheinlich, dass es einer der drei Zauberer gewesen wäre, ein Rumtreiber, was bedeutet, dass es entweder Sirius, Remus oder Peter gewesen sein könnte. Ich glaube wirklich nicht, dass es für Voldemort allzu schwierig gewesen wäre, das rauszufinden, oder? Wenn Voldemort also festgestellt hätte, dass es Pettigrew war, der das Versteck der Familie Potter innehatte, wäre er zu Wummschwanz gegangen, um herauszufinden, was er wissen wollte. Es ist gar nicht so weit hergeholt, sich vorzustellen, dass Voldemort, wie er es so oft in der Harry Potter Reihe getan hat, Peter erfolgreich gefoltert hätte, um ihm die benötigten Informationen zu entlocken und ihn dann getötet hätte. Von diesem Punkt an hätten sich die Ereignisse ähnlich wie in der ursprünglichen Saga entfalten können. Voldemort wäre nach Godric's Hollow gegangen, hätte Lily und James ermordet und versucht, den jungen Harry zu töten, nur um kläglich zu scheitern und gezwungen zu sein, sich zu verstecken, während er seine Kräfte wiedererlangt. Sirius wäre im Haus der Potters angekommen und hätte die verheerende Szene vorgefunden, woraufhin er nach Peter gesucht hätte. Hätte er ihn auch tot aufgefunden, hätte es so ausgesehen, als hätte Sirius die Potters verraten und Pettigrew als heimtückischer Todesser getötet. Und für Verbrechen, die er nicht begangen hat, wäre er wahrscheinlich wieder nach Asgaban geschickt worden. Der einzige Unterschied wäre, dass Peter nie ein Todesser war. Lily und James nicht verraten hätte und tatsächlich gestorben wäre, anstatt seinen Tod zu inszenieren. Du denkst jetzt vielleicht, dass es keinerlei Beweise gibt, um Sirius einzusperren und ihm zu sagen, dass er diese Dinge getan hat. Aber kannst du das wirklich im ursprünglichen Szenario genauso behaupten? Ja, es gab auch keine Beweise und er wurde trotzdem eingesperrt. Diese Auswirkungen durch Peter der Ereignisse hätten dann ein klein wenig einen Einfluss auf die Familie Weasley, aber wenn auch nicht so viel. Wie ihr vielleicht wisst, bleibt Peter Pettigrew in der Saga zwölf Jahre lang in seiner Animagus-Form, nachdem er seinen Tod vorgetäuscht hat. Als Ratte gelangte er in den Besitz von Percy Weasley und wurde Kretze genannt. Schließlich wurde er Rons Hausratte. Um ehrlich zu sein, hat Kretze nie wirklich zur Geschichte von Ron beigetragen, außer der Tatsache im dritten Jahr, dass er sich schließlich als der einst totgeglaubte Peter Pettigrew rausstellte. Wenn Pettigrew also tatsächlich in der Nacht von Voldemorts Angriff auf die Potters gestorben wäre, hätte es nie eine Kretze als Haustier gegeben. Vielleicht hätten sie stattdessen ein anderes normales Nageltier gefunden, das auf dem Weasley-Grundstück herumlief und es aufgenommen. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es wirklich einen großen Unterschied gemacht hätte. Alles in allem hätte Pettigrew, wenn er Lily und James Potter nie verraten hätte, meiner Meinung nach bedeutet, dass er während seiner Zeit in Hogwarts mit etwas mehr Mitgefühl behandelt worden wäre. Vielleicht hätte er einen anderen Spitznamen bei den Rumtreibern gehabt und wäre zu einem mutigeren Zauberer herangewachsen, als er es in der eigentlichen Saga war. Und ich glaube wirklich, dass das alles ist, was anders gewesen wäre. Hoffentlich ist das keine zu enttäuschende Theorie für euch. Was denkt ihr darüber? Hätte sich viel geändert, wenn Pettigrew seinen Schwur als Geheimniswahrer der Potters nicht gebrochen hätte? Vielleicht gibt es einige von euch, die glauben, dass Peter Voldemort davon hätte abhalten können, das Versteck der Potters zu entdecken und dass Lily und James überlebt hätten. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.